Die Spawn, wenn du hier guckst, geradezu beim Kranner. Dann hab ich 1 zu Schuss. Wollt du Charlie sein? Ich hab 1 zu Schuss. Trade! Kommt schon, nehmt die Flagge. In oben. Einer ist hochgekommen hinter mir. Ich geh auf Charlie. Charlie geht. Rotieren auf Bravo. Rotieren auf Bravo. Go go go. Bravo steht einer. Mit J-F-R-Klaus. Trade Charlie. Mindestens 2 kommt zu Alpha. Da. Pintown Sign. War Wohin da? Spawn random. Bin bei Charlie gespawnt. Head low. Charlie unten eine an der Flagge. Alpha oben 2. Alpha wird gecapt. Hab 1. Spawn. 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 Oh Gott, wo bin ich denn hier? Lauf zu Charlie. Spawn. Spawn. Wir sind in Sky vor mir. Spawn. Spawn. Mach Druck auf Charlie. Da ist unten einer. Bei Charlie. Ja. Unter Bravo ist schon einer. Charlie wird low. Bin bei Charlie oben und Deck. Ja, 2 bei Charlie. Kennschau. Ich bin im Balfa gespawnt. Einer bei mir. Alle bei mir spawnen. Zwei auf Charlie gehen. Ich spring hier nur hinten rum. Alter. Ach, bei einem Gamecontainer. Tja. Da oben sitzt er. Das voll Cap. Und wir spawnen am Arsch der Welt. Hier bei mir ist einer. Bravo einer. Lass mich verarschen. Bravo down. Bei C. Man, die können da perfekt die Treppe kämen. Mann. Von Charlie Osten aus. Alter Schwede. Ich hänge mich. Ich schüsse im Gelände. Bravo. Hinteraus kommt was. Zwei. Hinten. Bravo. Alter das. Ich muss mich auffüllen. Ist gut. Ist gut. Macht Druck auf Alpha. Sobald der Fall bist. Ich hab bei Bravo zwei Leute. Alpha hab ich einen. Sehr gut. Das gibt's nicht. Nein. Auf Alpha. Von hinten auch. Blau ist der. Ah. Von Bravo schießen. Charlie an der Flagge. Einer fast down. Nice. Halt euch auf. Nicht alle auf einem Haufen. Getraded. Oben sind auf der linken Seite. David. Na Flagge A. Ja. Ja. 18 AP. Wann hinten? Wann hinten? Wann hinten? Wann hinten? Nimm Charlie Max. Nein ich bin nicht. Oh da sind zwei bei mir. Oh man. Spawn bei Alpha. Scheiße. Neugieriger. Freizeit. Einer von Alpha. Drugsberg Neugier Neugier. Jo Jo pass auf von C. Da ist ja einer oben bei dir. Appitz. bei mir mehr viel 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 ganz viele bei bravo 3 mindestens das gibt es nicht hinter mir die kommenter war die kommen rechts das sind zwei im haus einer weg der reds bei mir da wo ich gestorben bin gleich eine die kommen jetzt hoch die kommen auch bei der treppe dabei sein ich nehme bravo Naja, der Ball war zu oft C einer unten und oben, fuck B kommt der nach oben D einer bei den Quartinen Cap Alpha Ich glaube unter uns ist neun noch bei Alpha Shaggy kommt über den langen LKW Bei B, die kommen ist B von hinten gleich, aufpassen Druck auf Charlie machen, go 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 Zweiten habe ich Eine noch bei Alpha bei mir auf der Treppe, jetzt wahrscheinlich seinen Mate gerade Ich zieh Charlie Ja, sind beide jetzt am Leben noch Hab einen getradet Alpha wird gezogen Ist ok, haltet Bravo, haltet Bravo C kommen jetzt zwei Leute unten Alpha habe ich einen Alpha zwei Ich glaube bei Alpha Einer bei Alpha ist down, der auf der rechten Seite Der über dir ist down Ja, wir sind in anderen Ja, schön Ja, dann sind es alle Ciao, alles clear Cap Alpha Sehr gut Ich spawne am Marsch der Welt hinter Bravo Ich spawne beim LKW, die kommen zu dir Sherry Ja Einer, zwei, drei, vier Alle man Kommt noch ein paar zu dir Die kommen alle bei Bravo Ich bin ein bisschen defensiv Ab einen, angeschlossen Sehr schön Sehr schön Max Habe einen Habe einen Ab zwei Ab zwei Und noch einer Und noch einer, der rett Penne Muss down sein Down, 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 down Der geht zu Alpha Ah, scheiße Der geht rüber zu Alpha Kran, EO geht zu Alpha Hinten Alpha, vier Leute, drei Einer weg Einen habe ich Noch einer Einen noch Treppe hochgegangen, Treppe hochgegangen Ja Die spawnen oben Alpha Kran, wir beide hinten Komm schnell Ah 35 AP auf euer Reichen Wer werdet ihr? 35 AP Die nehmen Bravo Die nehmen Bravo War zu spät C auch Jetzt brauchen wir was Los Einer bei Bravo down Geht auf Bravo Geht auf Bravo hard Noch einer Zwei Noch einer Noch einer Vier Nur noch vier Trott Ach Fuck Zwei steht oben Ich geh zu Charlie Charlie ist einer Hat Hits Hab beide weg bei Bravo Bravo Ah Hinter mir noch einer Es sind zwei Noch einer bei Bravo Ist down Pull dich Prost Na Miet Parkiert So Was bauen sie Was bauen sie Bestimmt einfach, oder? Hinter Bravo Das ist das letzte Mal random gespawnt Ist wieder Habt ihr zwei Zwei mit Sehr gut Ah Die sind unten An der Flagge Zwei Er ist low Er ist low Er ist low 34 Hab ihn Hab ihn Hab ihn Sehr gut So jetzt Flaggen halten So jetzt Flaggen halten Charlie geht Also Charlie holt Bei mir hier bei B Bravo einer dahinten Dann Alpha halten Alpha halten Einer noch bei B Geht zu Alpha rein So Alpha ins Haus Alpha ins Haus Alpha ins Haus Wo? Welche Seite? What the fuck? Der Alpha hat zu Charlie nicht Ihr sollt ins Haus gehen Und von da aus defen Ich bin bei Charlie alleine Ok mach Druck auf Bravo An die Flagge Einer kommt Alpha außen rum Ab ihn Da ist einer unter gesprungen Vor dem Max Hab ich Ja Charlie Noch einer oben Noch einer oben Vorsicht Wendert ihr Max? Zwei oben Kann Charlie nicht halten Ich komm zu dir Ach Scheiße Ja kein Scheiß Wir müssen Alpha halten Ist ok Shit Hab den getradet Geben Bravo Sehr gut Kommt schon Das kriegen wir hin Bin da Wir verliehen gerade alles Links von uns Links von uns Ich gehe Charlie Jetzt den Charlie Haltet Bravo Bravo sind auch drei Stück oder zwei Max hier kommt einer Ja Hör nur was Ist fast tot Fast tot Fast tot Sehr gut Hab Bravo einen Flex Schnell Ja scheiß Bravo auf der anderen Seite Ich gehe da Ich habe den bei Alpha Ich zieh die Flagge Zwei auf Bravo Müssen auf Charlie Ich gehe auf Charlie Ich gehe auf Charlie Ja, Korin geht drauf. Wohle bravo, wohle bravo, wohle bravo, wohle ist keiner. Krieg wohl bravo, ja? Alpha, Alpha halten, die kommen alle Alpha. Geht es nur um Alpha. Noch einer, noch einer, Charlie. Komm schon. Nur noch der Einer. Bitte! Danke. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, sehr nice. Nicht mehr spawnen, nicht mehr spawnen, falls ihr stirbt. Geil. Was ein Comeback. Alter Schwigel. Geil 1. Kack ey, was hatten wir, 190 zu 80 oder so? Ne, ne, 150 zu 50 etwa. Messer in die Hand, ne? Ja, klar. Bringt da eh nix. No shit, Charlie. F**k mich nicht. Wir haben LKW. Ich... Ich... Mach gleich unten durch. Da kommt der noch, Sherry. Pass auf. Die Leiter. Ich lauf gegen die... Und da ist noch mehr. Noch mehr, noch mehr. Ja, go, es warst ne KI. Ja, anderer Seite. Haben wir. Rüber zur Zeit. Go Charlie, go Charlie, go Charlie. Ich hab wieder Einzelschuss. Was ist denn das? Ich hab wieder ein Gefecht verloren. Welcher Einzelschuss? Ja. Oh, die Frau haben ja lang gehabt. An der Flagge. An der Flagge, Charlie. Ist angeschlagen. Gut. Annen ins mittlere Haus gegangen. Mittlere Haus. Komm zu Alpha. Irgendwo. Ich... Ich... Geh ziehen nicht. Die kommen zu Alpha. Aber ich zieh nicht. Oh, was. Gib der mir nen Hatter. Zwei zu Alpha. Zwei oben jetzt. Ja f**k, bin da auch blau. Go Bravo. Rotieren, rotieren, rotieren. Kommt schon. 30 HP auf meiner Leiche. Ja, komm, ey. Ja, den meint, es geht wieder C. Alpha habe ich. Oben Alpha und unten Alpha. Unten ist schon vor C. Unten ist schon vor C. In C ist einer drin. Ist das schreckig. Weiter rotieren, weiter rotieren. Direkt weiter. Einer der Alpha down. C kommt, C kommt, C kommt. Go, go, go. Alpha, Alpha, Alpha. Hier geht alle Alpha. Ich bleib Bravo. Habe ihn gehabt getradet. Hinter uns B. Höre ich geschrei. Dreimal auf Bravo. Mach doch auf Charlie. Gleich weiter. Charlie, Charlie, Charlie. Der geht rüber. Ich cap. Ich cap. Bravo sind drei, vier Leute. Außen Container. Ich cap. Einer hinten bei Alpha. Ein, zwei Leute bei Alpha bleiben. Charlie. Der außen. Ich cap hin. 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 1979, ich cap hin. Apple-Nach****. Ich cap hin. so lax die wissen was wir kommen pass auf man zwei bei alpha an jeder trappe einer scheiße ich habe den gammel spawne ich spawne random vielleicht bringt es was alle man go charlie ich versuche bravo zu halten ich hänge hier fest ist das dein ernst aus dem container hier oben ist einer gewesen pass auf ist runter gesprungen ja ich habe ein bisschen zu viel weiter rotieren weiter rotieren die werden auf bravo gehen also müssen wir auf alpha pass auf die werden in jeder treppe kämpfen den den bravo einer ist runter gesprungen auf meiner leiche gut haben hier oben ctc geht rechts ctc oben danke für den rest die sind schon in charlie zwei auf charlie mindestens alpha oben einer charlie ist viel habe ich ein rechts von mir rechts von mir ach fack immer noch auf ich nehme mal c zu ende ein ich brauche einer reichlich bei mir dabei 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 bei alfa flagge aber der frage noch einer max der flagge da hinter uns stelle habe ich ja du bist eingesperrt von da kommt ein bisschen da noch eine kommt schon zu flanken folgt die wände da braucht ganz hinten ich habe ich jungs hier habe ich welche ok alle c oben und unten die unter b unter b2 ja wir dürfen nicht so schnell unterschieden hohhilfe ab besuch du kinder der spornalpha 12 noch zwölf noch auf meiner seite ich auf charlie sauber max ja treppe noch einer ja mann er kennt mich da weg shit ich hätt'n kleffasen dürfen b wird gezogen oben charlie oh sorry 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 alles gut zurück zu alpha einer charlie hoch ins haus rein finde ich ok what the fuck ich lege ja b oben links alpha oben sind sie schon alpha oben bravo ja noch einer hatte jetzt dafür jetzt aber habe ich ein alles kann ja 100 hat er noch macht auch auf bravo und schon hinter mir hinter mir kommt einer jura hab ihn c c c aufpassen rechts einer klar bravo klären links noch die gehen zu charlie wir müssen vergehen links hausen links hausen gut bravo ist wieder keine ich geh zurück schau einfach oben einfach oben hinter der nacken ja hausen auf der anderen seite noch aber wir sind zu viele die kommen zu b spaz bei bravo ja ich komme zu dir hoch die treppe habe ich guck du einfach hinten ach achte auf a bravo viele guck du einfach oben go charlie 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 bravo warum ist das schon oben auf c wir müssen die treppen aufpassen ist einer nicht du die wissen dass wir hier sind wir wissen dass wir hier sind bravo noch einer ich bin down bravo einer kommt schon wir brauchen flaggen bravo ist noch einer hinter bravo ne leute bleib bei charlie alfa alfa haupt den bei b das sind noch zwei einer kommt hier hinter mir beizt bei bravo ach komm alter ist nicht dein ernst warum gehen wir nicht einfach mit zwei leuten mal die treppe hoch die letzte runde zwei oben bravo einer down macht rücke frau alle mann außen ist einer links wo ihr gerade hochlauft ach Gott 77 da außen ja ich gebe euch da deckung wenn die treppe hoch geht ich gebe euch da von außen deckung von a beschossen auf meine leiche hab ein bayer getradet der bravo kam alpha an der flagge einer 50 prozent 50 ist tot gut ich gehe charlie die nicht einer auf dem weg zum charlie hat hits könnte ein alpha hochkommen vorsichtig alle flagge down nice ja hinter mir gleich noch einer auf charlie mindestens ja der hat gerätzt der hat so viele jetzt alpha treppe 50 ach trade bei charlie wir sind zu weit weg gg 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 what fk wo kam der denn her keine ahnung wo der hergekommen ist ist ja die leiter hoch Ja, wir haben zu doof gespielt und einfach die Hände noch nie. Ja, wir haben die Hände noch nie.